hallo seid gegrüßt hier ist eure olga natascha ich berichte euch heute die neuesten neuigkeiten aus dem geheimen russischen darknet forum.ru.com der geheime und weltbekannte multimilliardär bill zuckerberg plant eine neue weltverschwörung er stammt aus den kapitalistischen imperialistischen us und arre ihm gehören die technologie konzerne microface und kugel er plant die menschheit zu unterwerfen indem er jeden ein zäpfchen hinein steckt dieses zäpfchen gelangt in den enddarm dort bleibt es stecken es hat eine unabhängige energieversorgung es nutzt die natürlichen methan gase in einem neu entwickelten darmwindkraftwerk dort wird energie für einen nanocomputer erzeugt dieser nanocomputer sendet wellen an das gehirn doch ich bin doch nicht blöd ich habe den arlohut und hier die lösung wie man sich dieses zäpfchen hinausholen kann man braucht dazu die hilfe seines arlohuts doch ich bin doch nicht blöd und setze diesen hut ab ich habe meinen ersatz arlohut genommen zusammengerollt und mit diesem hargen hole ich das zäpfchen hinaus ich fange erst an das stinkt ich konnte gar ein zäpfchen finden bei mir aber ich glaube nicht dass es eine fake news ist ich halte euch auf den laufenden bis bald eure olga natascha